Willkommen zur fünften Vorlesung Fortgeschrittene Funktionale Programmierung in Haskell. Heute befassen wir uns hauptsächlich mit Foldable, Traversable und GUI. Aber bevor wir zu den spaßigen Sachen kommen, machen wir erstmal ein bisschen Wiederholung. Und zwar, wir wiederholen jetzt nicht Parser vom letzten Mal. Das machen wir dann irgendwann später nochmal. Wir wiederholen jetzt erstmal nochmal so ein bisschen Typklassen und Abstraktionen an einem konkreten Beispiel, was ihr alle kennt. Lineare Algebra. Irgendwer Fan von lineare Algebra? Lineare Algebra sollte euch im Informatikstudium oder Physikstudium oder sonst irgendwas auf jeden Fall schon über den Weg gelaufen sein. Konkret geht es halt in lineare Algebra um das Rechnen mit Matrizen und Vektoren und die damit einhergehenden Rechenregeln und Gesetze und so weiter und so weiter. Es ist noch ein bisschen mehr. Ich mache das hier alles etwas flapsig und nicht mathematisch komplett korrekt, weil mich interessiert am Ende eh nur, dass es funktioniert und dass ich das anwenden kann und dass tolle Sachen bei rauskommen. Konkret machen wir nochmal eine kleine Wiederholung. Ein Vektorraum wird über einem Körper K aufgespannt. Ein Körper setzt eine Addition, Multiplikation und Distributivgesetz voraus. Und wer weiß, was ein Körper ist? Genau. Einfach eine Menge von Zahlen, auf der gewisse Rechenregeln definiert sind. Und zwar die normale Addition, die wir kennen, Subtraktion natürlich auch, weil die Gruppen sind abelsch. Das heißt, wir haben Subtraktion drin, wir haben ein neutrales Element drin. Bei der Multiplikation auch. Wir können dividieren und so weiter und so weiter. Ein Distributivgesetz, was regelt, welches von den beiden Dingern stärker ist. Und ja, das ist ein Körper. Deswegen bilden Matrizen zum Beispiel keine Körper, weil ich die nicht immer invertieren kann. Aber das nur am Rande. Außerdem brauchen wir für einen Vektorraum zwei abgeschlossene Operationen. Das eine Ding ist die Vektoraddition. Die nimmt zwei Elemente aus dem Vektorraum und gibt ein neues Element aus dem Vektorraum wieder zurück. Und wir haben die Skalarmultiplikation. Die nimmt ein Element aus dem Körper und ein Element aus dem Vektorraum und gibt uns ein Element aus dem Vektorraum zurück. Diese beiden Regeln besagen im Prinzip, also was aus diesen beiden einfachen Regeln folgt, ist, dass Addition gilt hier und weil die Addition gilt, gilt natürlich auch die Vektorsubtraktion. Multiplikation gilt. Ich habe hier eine Skalarmultiplikation, das verträgt sich richtig. Und da alle Rechenregeln vernünftig gelten müssen, gibt es keine Überraschung mit irgendwelchen komischen Operationen in dem Vektorraum. Und da wir hier in Haskell reden, ein Körper lässt sich in Haskell ungefähr runterbrechen auf die Typklasse Num mit den gewöhnlichen Regeln, weil in Num haben wir auch Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und noch so ein paar andere Sachen, die sich ergeben. Und ja, das ist im Prinzip ein Körper. Häufig sind es Zahlen. Was auch ein sehr schöner Körper ist, ist zum Beispiel der Körper der Polynome, wo alle Elemente Polynome sind. Und ja, da sind alle Elemente Polynome und Polynome kann ich addieren, subtragieren, multiplizieren und wenn sie unendlich lang sind, auch dividieren. Und es bleiben weiterhin Polynome. Und ja, darüber kann man da theoretisch auch einen Vektorraum aufbauen und lustig mit rechnen. Im Folgenden betrachten wir halt auch, um es noch einfacher zu machen, nur dreidimensionale Vektoren und versuchen dann anschließend über die Dimensionalität zu abstrahieren. Das heißt, wir gucken uns erstmal ein konkretes Beispiel für 3 an und gucken, wie wir das auf N verallgemeinern. Beginnen wir halt mit der Definition eines 3D-Vektors. Die habt ihr alle auch schon mal gesehen in den Übungen. Ein 3D-Vektor ist, wir haben etwas, wir haben einen V3A, also einen Typen A. Und das ist eine V3 mit drei Komponenten vom Typen A. Und die Funktion, die wir brauchen, ist einmal eine Vektoraddition von V nach V nach V. Das ist genau das hier, V kreuz V nach V. Das ist hier einfach nur 1 zu 1 übertragen und das A muss in dem Körper sein. Ich habe gerade gesagt, ein Körper ist ungefähr Num, also haben wir einen Num A-Constraint. Multiplikation ist ein A und ein V3 nach V3. Wenn wir uns das nochmal angucken, haben wir hier ein Körperelement, ein Vektor, ein Vektor. Das können wir 1 zu 1 rübermappen. Und dann habe ich hier das Skalarprodukt noch dazu gepackt. Da kommen wir später zu, weil das noch ein paar besondere Eigenschaften hat. Das hat einfach die Form V kreuz V nach K oder in unserem Fall V3 nach V3 nach A. Und da werden wir später sehen, was uns das noch alles Schönes bringt. Bevor wir uns mit irgendwelchen Details für diese Funktionen rumschlagen, gucken wir erstmal, was für Instanzen wir schreiben können. Fallen irgendwelche Instanzen für V3 ein? Genau. Die Monat-Instanz von V3 ist nicht so sinnvoll. Deswegen lasse ich die erstmal weg. Aber offensichtlich ist V3 ein Funktor. Wenn wir eine Funktion haben, können wir die einfach reinfmappen, indem wir die auf jede Komponente anwenden. Und das Applicative ist definiert als, wir haben drei Funktionen, wir haben drei Elemente und wir wenden das Ding an. Ist das, hat das jeder verstanden oder das gutes Nicken im Publikum? Sehr schön. Wenn wir jetzt diese Definition, also diese Additionsdefinition implementieren wollen, können wir das erstmal extrem naiv machen. So wie man das zum Beispiel ohne Typklassen machen würde. Das ist, wir nehmen uns einfach A, B und C und das zweite besteht aus XYZ und wir geben A plus X, B plus Y, C plus Z zurück. Das ist halt eine sehr naive Variante. Was wir eigentlich tun wollen, ist das plus auf die beiden Dinge anwenden und dafür haben wir uns ja die komplette Mühe mit dem gesamten Applicative und Funktur und so gemacht. Und damit können wir jetzt einfach sagen, wir nehmen das plus, fmappen das auf das X und applyen das auf das Y und haben quasi dieselbe Funktion implementiert in viel weniger Code. Ist das auch klar? Ist das klar, dass das hier genau dasselbe tut wie hier oben? Ja, ja, nicken, gut. Die Frage ist, was ist denn, ich hatte hier oben einen sehr konkreten Typen hingeschrieben mit V3 nach V3 nach V3. Was ist denn der Typ von diesem Abstrakten, wenn wir jetzt auf diese Abstrahierungsebene gehen? Dann löse ich es einfach mal auf. Das ist, wir haben jetzt nicht mehr V3A, 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 sondern wir haben das V3 einfach durch ein Applicative ersetzt. Und deswegen können wir halt fmap und apply anwenden. Und das plus schränkt uns einfach den Inhalt von X und Y auf Num ein. Und das ist schon mal sehr schön, weil jetzt ist in dieser Typsignatur gar nicht mehr die Rede von V3. Und das heißt, diese Funktion gilt für alle Vektoren, für die wir Applicative definieren. Und wenn wir ein Num da drin haben. Und das gilt halt für alle Vektoren, egal welcher Dimensionalität. Und das gilt sogar egal, mit was für einem Inhalt, solange der halbwegs numerisch ist. Die Anwendung von so einer binären Operation wie plus ist in Applicatives so häufig, dass es dafür in Control Applicative eine eigene Funktion gibt. Nämlich die Funktion lift A2. Die hat die schöne Typsignatur hier unten. Die nimmt eine binäre Funktion, also eine Funktion, die ein A und ein B nimmt und ein C zurückgibt. Nimmt ein FA, nimmt ein FB und gibt das FC zurück. Und die Implementation von lift A2 ist genau das, was hier oben steht. Nur, dass man, also genau das, was hier oben bei v-add steht. Nur, dass man das Plus halt durch die Funktion ersetzt, die man auch mit reinkriegt. Und dann ist das genau dieselbe Definition. Und die Frage ist, wenn lift A2 für jede Funktion klappt, klappt das dann auch für mal geteilt und minus und so? Diese Funktion lift A2 funktioniert für alle Funktionen der Form A nach B nach C. Und klappt das dann auch für die Funktion mal geteilt und minus? Ja! Auch Raten hilft. Wenn einer Nein reingerufen hätte, hätte ich ihn korrigiert. Aber dann hätte ich eine Antwort gehabt. Ja, funktioniert. Wir können sogar noch weiter gehen und alles, was in der Typklasse Num gefragt ist, implementieren, indem wir die Operationen, die gemacht werden, einfach durchreichen. Und zwar, die Implementation sieht so aus. Wir definieren Num A, also wir definieren Num V3A, wenn A in Num liegt, indem wir einfach Plus mit lift A2 durchreichen, Mal mit lift A2 durchreichen, Minus durchreichen, geteilt durchreichen. Und da gibt es noch so ein paar spezielle Funktionen in Num. Es gibt einen from Integer, was uns eine Ganzzahl umwandelt. Und was das einfach tut, ist, es wandelt die Ganzzahl in den richtigen Typen um und hebt es dann mit pure in den V3. Es gibt negate, was das Vorzeichen umdreht. Es gibt signum, was Plus 1, 0 oder Minus 1 zurückgibt, je nachdem, wie das Vorzeichen war. Und es gibt Ups, was den Absolutwert dann gibt. Und die Sachen können wir hier entweder mit lift A2 direkt durchreichen oder mit fmap einfach durchreichen. Und das war es im Prinzip. Und wenn wir ein Num A als Inhalt haben, können wir auf Vektoren auch alles machen, was wir auf Num Sachen machen können. Frage, müssen wir VAT dann überhaupt noch schreiben? Nein, weil wir können einfach sagen, die Summe von zwei Vektoren ist V plus W. Und das weiß intern schon, wie das funktioniert. Indem es nämlich das Plus an die Elemente weiterreicht und das elementweise macht. Damit kommen wir halt zum nächsten Knackpunkt. Das macht es elementweise oder auch in Mathe spreche, punktweise. Das heißt, wenn wir machen V mal W, wird das punktweise multipliziert. Weiß irgendwer, was punktweise heißt? Genau. Das ist genau das Richtige. Punktweise bedeutet, dass wir jede Komponente einzeln betrachten. Und wenn wir halt im ersten Vektor ABC haben und im zweiten XYZ ist das A mal X, B mal Y und C mal Z. Das sollte man nicht mit dem Skalarprodukt verwechseln. Das mit dem Skalarprodukt zu verwechseln gäbe auch einen Typfehler, weil mal erwartet zwei Vektoren. Und wenn ich sage, fünf mal Vektor, funktioniert das nicht. Die Sache ist, wie machen wir denn jetzt unsere Skalarmultiplikation? Wir kriegen ein A rein und ein V3 und sollen das halt machen. Nun, was ist Skalarmultiplikation? Umgangssprachlich. Wir wollen das A in jede Komponente rein multiplizieren. Oder funktional gesprochen, wir wollen die Funktion A mal auf jede Komponente anwenden. Wie wenden wir eine Funktion auf jede Komponente an? Einfach reinrufen. F-Map. Genau. Also ist unsere Skalarmultiplikation, wenn wir mit S Skalarmultiplizieren wollen, einfach S mal GF-Map nach V. Und damit haben wir unsere Skalarmultiplikation. Und wenn wir uns jetzt hierzu die Typsignatur angucken, ist das nicht mehr die spezielle von hier oben, sondern wir können die einfach so schreiben. Und dann funktioniert das wieder für jeden Funktor. Und zwar im Prinzip für jeden Funktor, also für alle Vektoren, egal welcher Dimension, aber auch für alle anderen Funktoren, wie zum Beispiel, wenn wir hier eine Liste haben, wird jedes Listenelement multipliziert mit A. Dann haben wir noch die dritte Funktion, die ich dazu geschrieben hatte. Die war leicht anders. Die war auch jetzt nicht notwendig für einen Vektorraum, kommt aber extrem häufig in einer linearen Algebra vor. Und das ist das Skalarprodukt. Hier kriegen wir zwei Vektoren rein. Und sollen einfach nur einen Skalar ausgeben, also ein darunterliegendes Element. Und weiß irgendjemand, wie ein Skalarprodukt definiert ist? Oder das Standard-Skalarprodukt? Es gibt ja mehrere. Genau. Das Standard-Skalarprodukt im V3 bedeutet eine punktweise Multiplikation mit einer anschließenden Aufsummierung. Oder, um es einfach in Haskell zu schreiben, wir haben hier V mal W. Das ist unsere punktweise Multiplikation. Und wir summieren die auf. Und die Summenfunktion habe ich hier unten gerade geschrieben. Das ist einfach X plus Y plus Z. Und damit haben wir ein Skalarprodukt. Ja, die Frage war, ob man das hier auch irgendwie anders schreiben kann, dass man das für jeden Vektor machen kann. Und da kommen wir jetzt auch zum Problem. Nein, das funktioniert hier nur für V3, weil wir diese Funktion explizit schreiben müssen. Allerdings Aufsummieren kommt durchaus mal häufiger vor. Also es kommt durchaus häufiger vor, dass man irgendetwas mit einer Funktion aufsummieren oder zusammenfassen muss oder irgendwas anderes. Und wer im ersten Semester aufgepasst hat, weiß zum Beispiel, dass ich, wenn ich mache Fold R plus auf die Liste XYZ, dass ich dann auch die Summe von XYZ rauskriege. Also gibt es hier wohl eine magische Fold R-Funktion, die eigentlich das tut, was wir wollen. Also wäre es doch nett, wenn diese Funktion auch auf dem V3 definiert ist. Und ja, Frage ist, was ist nun dieses Fold? Und damit kommen wir zur Typklasse Foldable und Traversable, die genau diese Funktionalität zur Verfügung stellt. Und deswegen fangen wir jetzt nochmal vorne an und machen einen kleinen Abstecher. Was ist eine Faltung? Eine Faltung, also ich habe das sehr mathematisch formuliert mit vielen Anführungszeichen. Eine Faltung im mathematischen Sinne ist die Reduktion eines Dings mittels einer Funktion auf ein weiteres Dings, welches eine Schicht kleiner ist. Klingt erstmal furchtbar abstrakt, heißt im Prinzip, ich habe irgendetwas und mache daraus etwas, was kleiner ist, indem ich eine Funktion, die ich habe, wiederholt anwende. Zum Beispiel, was wir gerade haben, wir haben einen V3 in unserem Fall und wollen den Skalar daraus haben, also wir wollen im Vektorraum auch den unterliegenden Körper falten. Oder wir wollen eine Liste von Elementen auf ein Element falten. Oder wir wollen, wenn wir ein Bild haben, die Umgebung eines Pixels auf einen neuen Wert für diesen Pixel falten, um zum Beispiel einen Durchschnitt zu berechnen oder eine Kante zu finden oder sonst irgendwas. Oder ich weiß nicht, ob sich irgendwer im ersten Semester noch an Musik erinnern kann. Es gab eine Aufgabe Fold Musik, da durftet ihr dann Musik falten. Das ist genau dasselbe. Also das Konzept, Dinge kleiner zu machen, ist extrem abstrakt, ist uns aber auch schon in einigen Bereichen untergekommen, ohne dass wir es gemerkt haben. Und wir haben das sogar schon mal benutzt. Ich mache jetzt nur einen kleinen Side-Track. Wir kennen halt diese Funktion Join aus Monade, die aus einem MMA ein MA macht. Und das kann man auch als Faltung sehen. Ich habe eine zweilagige Monade und ich falte sie auf eine einlagige Monade zusammen. Und wenn man weiß, dass man zu jeder Monade ein Monoid definieren kann, ich glaube, man kann mehrere definieren, aber ein Monoid, den man zum Beispiel definieren kann, kann man über die Funktion A nach MA, was also einfach die Return-Funktion ist, definieren, indem man MMT auf Return setzt und append auf den Kleisli, wobei der Kleisli hier unten diese Typsignatur hat. Und das ist nichts anderes, als wir nehmen zwei Funktionen, ich habe sie hier M und N genannt, nehmen wir rein und wir nehmen uns am Ende das A, was reinkommt, werfen das an das M, kriegen etwas in der Monade und binden das an die zweite Funktion und haben das so für jede Monade komplett definiert. Wenn ihr das nicht ganz verstanden habt, vielleicht nochmal in Ruhe drüber nachdenken, es ist nur ein bisschen Typspielerei und der Monoid, den ich hier anführe, der ist auch nicht so wichtig, weil er hat nämlich einen großen Nachteil, weil M append die Typsignatur hat, was war es, M nach M nach M oder so, auf jeden Fall, ne, doch, M nach M nach M. Also ich nehme zwei Monoide und füge die zu einem zusammen und das bedeutet, dass uns diese Typen hier festgenagelt werden, das heißt, dass der Kleisli in dem M append hat nicht die Typsignatur, die hier unten im Kleisli angegeben ist, sondern hat die Typsignatur A nach M, A nach A nach M, A nach A nach M, A, was relativ langweilig ist und uns viel Mächtigkeit einer Monade wegnimmt, deswegen kann eine Monade im Prinzip einfach mehr. Nennt was? Das da. Ja, das soll genau so sein, weil ansonsten würde das hier unten von dem Typen nicht passen. Ja, wenn wir, was ich eben gesagt habe, ist, wir schreiben die Monoid-Instanz A nach M, A und der generelle Kleisli hat diese Typsignatur, aber die M append-Instanz auf diesen Monoiden zwingt uns dazu, diese Funktionssignatur zum Konkretisieren auf A nach M, A nach A nach M, A nach A nach M, A. Also B wird auf A festgelegt, C wird auf A festgelegt, weil ansonsten funktioniert die Monoiden-Instanz nicht. Ansonsten kriege ich, kann ich das nicht implementieren und deswegen ist die Monoiden-Instanz einiges schwächer als das, was ich mit einer Monade machen kann. Frage ist, das ist ja alles schön und gut, was hat das jetzt eigentlich mit unserem Thema Faltung zu tun? Viel. Wenn man mal ein bisschen vergleicht, ich habe hier Fold aus Foldable aufgeschrieben und dem Join gegenübergestellt und einmal Fold Map aufgeschrieben und dem das umgekehrte Bind gegenübergestellt. Und wir haben hier, wenn man sich das ansieht, haben wir im oberen Fall einen TM nach M und im unteren Fall einen MMA nach MA, was uns bekannt ist. Wenn wir jetzt aber wissen, eine Monade ist sowohl faltbar, also ist eine Monade auch ein T, als auch ein Monoid, dann können wir das M durch das T ersetzen und das MA durch das M ersetzen und dann erhalten wir genau dieselbe Betriebssignatur. So, das passt ganz genau. Ist das irgendwie unklar? Gut. Dasselbe für Fold Map. Fold Map ist etwas allgemeiner. Da brauchen wir nur eine Funktion A in einen Monoiden. Unser Foldable über A und geben den Monoiden zurück. Indem wir halt, zum Beispiel wenn wir eine Monade haben, f-mappen wir das und wenden dann die Funktion Fold an. Was so ein Standardvorgehen ist. Und wenn man das hier vergleicht, kann man auch wieder sagen, das A bleibt hier in allen Fällen gleich. Das MB wird zum M und das MA wird zum TA. Und damit sind die wieder identisch. Und damit weiß man, ich kann Foldable implementieren, wenn ich eine Monade habe. Also ist jede Monade auch ein Foldable. Also, oder anders gesagt, jede Monade ist auch ein faltbarer Monoid, was ein interessanter Fakt ist. Bringt einem nicht so viel, aber zeigt nochmal auch auf theoretischer Ebene, dass das Konzept überall vorkommt. Aber wait, es gibt da noch ein bisschen mehr. Ein komplett anderes Beispiel, abgesehen von dem Theoretischen, was wir jetzt so ein bisschen hatten, ist sehr praktisch. Wenn wir uns ein Bild nehmen, können wir auch Bilder falten. Eine einfache Faltung auf Bildern ist zum Beispiel, wir nehmen uns das Bild zeilenweise und nehmen uns den Durchschnittswert jeder Zeile. Und dann kriegen wir quasi hinter jeder Zeile den Durchschnittswert. Und kriegen so einfach nur noch eine Liste von Durchschnittswerten. Genau dieselbe Faltung können wir auch auf jede Spalte machen. Und dann haben wir eine Liste an Spaltendurchschnittswerten. Und das sind schon zwei Faltungsoperationen. Und eine von den beiden, egal welche, können wir jetzt noch ein zweites Mal falten. Und dann haben wir zum Beispiel den durchschnittlichen Bildwert auf unserem Bild. Ob das jetzt ein Graubild ist oder ein Farbbild oder so, das kann alles die Funktion, die faltet, entscheiden. Wir können auch damit zum Beispiel den hellsten Punkt finden, den dunkelsten Punkt finden und so weiter. Je nachdem, was man möchte. Das ist alles einfach eine zweifache Faltung mit der passenden Funktion, die man sich da schreiben muss. Man kann auch ein 3D-Bild, zum Beispiel ein Video, auf ein 2D-Bild runterfalten, indem man es zum Beispiel aufsummiert, indem man, keine Ahnung, die Sachen, die letzten zehn Bilder übereinander blendet oder, oder, oder. Videobearbeitung ist im Prinzip auch nur eine Faltung im Dreidimensionalen, weil ein Video ist ja nur viele Bilder hintereinander geschaltet. Und ein Bild ist halt nur ein zweidimensionales Ding. Und da kann man diese Faltung auch komplett mit anwenden. Alternativ zu dem doppelten Falten kann man auch noch was anderes machen, nämlich zum Beispiel ein äußeres Produkt bilden, indem man sagt, wir hatten vorher Pixel in dem Bild und wir haben jetzt diese Spalten, äh, Quatsch, diese Reihen, äh, diese durchschnittlichen Reihenwerte und die durchschnittlichen Spaltenwerte. Und, äh, der Pixel in dem Bild ist einfach der Durchschnitt von den beiden. Und damit erhalten wir ein Bild, was, ähm, relativ, äh, weich gezeichnet ist, also zumindest etwas ausgeglichener ist, äh, bezogen auf die Zeile und die Spalte. Und, äh, damit kann man dann zum Beispiel Bild glätten, äh, Noise entfernen oder weiß der Geier was machen, indem man die beiden Bilder einfach miteinander verrechnet. Und, ähm, das ist, äh, ein eher praktisches Beispiel, was auch gemacht wird, wenn ihr in, äh, Photoshop oder so einen Filter anwendet, sind das meistens Faltungen, die auf dem Bild angewendet werden. Die geben dann halt nicht nur einen Pixel zurück, sondern die werden auf jedem Pixel des Bildes einmal angewendet und ihr kriegt dann ein neues Bild raus mit irgendwas, äh, Interessantem, was ihr dann haben wollt. Ähm, das habe ich hier einmal, äh, kurz skizziert. So oder so ähnlich könnte man sowas implementieren. Ähm, wir nehmen uns zum Beispiel Koordinaten von dem Punkt, der uns interessiert. Wie gesagt, äh, wenn man das auch das gesamte Bild anwendet, ruft man die Funktion für jeden Pixel einmal auf, äh, nehmen uns das Bild mit irgendeinem Datentyp A und falten uns das auf dem A zusammen. Und was wir machen, wir nehmen uns einfach die Nachbarn in den Koordinatenbereich, das kann was auch immer sein, je nachdem, wie wir die Nachbarsfunktion definieren. Da kriegen wir eine Liste von Nachbarn raus und die Liste von Nachbarn falten wir dann mit dem Effekt, den wir machen wollen, äh, und, äh, Effekte können dann sein, irgendwie, ich möchte Kanten detektieren, ich möchte einen Gaussfilter machen, ich möchte einen Durchschnitt machen und so weiter und so weiter. Quasi fast die gesamte Bildverarbeitung hat man mit, äh, diesem Vorgehen erschlagen. Also das kommt, äh, sehr häufig vor. Und auch Videobearbeitung hat man damit häufig erschlagen. Ne? Ähm, und, äh, die gesamte Magie, äh, liegt dann einfach nur in der Auswahl der Nachbarn, welche Nachbarn beziehe ich ein und, äh, welchen Effekt wende ich an? Äh, benachbarte Pixel oder sowas. Ich, ich kriege ja die Koordinaten rein, wo ich bin und ich kriege das Bild rein und dann kann ich jetzt sagen, ich nehme die Koordinaten und alle im Radius 5 oder so. Und dann kann ich damit irgendwas machen, den Durchschnitt von allen im, im Radius 5 aufsummieren oder, äh, irgendwelche anderen Geschichten machen. Und so habe ich mit einer, äh, einfachen Faltung im Prinzip alle, äh, Effekte der Bildverarbeitung erschlagen. Falls irgendwer Bildverarbeitung hören möchte, ist das, äh, sinnvoll. Ähm, äh, jetzt haben wir ein bisschen abstrakt drüber gesprochen, was sind Faltungen? Äh, kommen wir einmal zur Definition. Äh, in, äh, Haskell sieht die, Definition einer Falt, äh, äh, der, der Foldable-Typ-Klasse so aus. Und ihr dürft jetzt einmal schön lange euch die Funktion durchlesen. Äh, wir haben oben schon das, äh, eben angesprochene, äh, Fold und FoldMap. Es gibt dann noch das, äh, FoldR, wo man immer zum Beispiel Listen zusammenfaltet. Es gibt das dann noch in strikt, um halt Lazy Evaluation zu verhindern. Ähm, es gibt das halt, äh, einmal rechtsassoziativ, einmal linksassoziativ. Dann mit, äh, äh, die haben alle, äh, die, die ersten haben alle einen Startwert. Die Version mit, äh, der einzinten haben halt keinen Startwert, sondern nehmen das erste Element als Startwert. Äh, wir können ein Foldable in eine Liste umwandeln. Das heißt, wir haben eine Funktion toList. Ähm, wir können, ähm, äh, gucken, ob das Ding leer ist. Dafür gibt's die Funktion Null. Äh, wir können die Länge rausfinden. Wenn wir einfach mal durchgehen, wir sagen, jedes Element ist 1 und summieren auf. Ähm, wir können gucken, ob ein Element in unserer Datenstruktur drin ist. Wir können, wenn wir unsere Datentypen ordnen können, können wir das Maximum finden, das Minimum finden. Äh, wenn wir, äh, wenn unsere Datentypen in Num sind, also eine Instanz von Plus und Minus und so haben, ähm, können wir das aufsummieren und, und das Produkt bilden. Äh, klingt aber alles, äh, äh, wenn man sich jetzt überlegt, ich muss die instanzieren, klingt das alles, äh, schlimmer, als es eigentlich ist, weil, ähm, es genügt, entweder FoldMap oder FoldR zu definieren und alle anderen Funktionen kriegt ihr geschenkt. Das heißt, entweder müsst ihr diese Funktion definieren, äh, also diese Funktion FoldMap oder die FoldR da drunter. Äh. Äh. Äh, der Unterschied zwischen FoldR und FoldR Strich ist, äh, FoldR Strich ist, äh, strikt. Das heißt, es, äh, wendet die Funktion sofort an und nimmt dann erst das nächste Element. Äh, äh, FoldR kann manchmal, äh, passieren, dass es, äh, äh, erst alle Operationen aufbaut und dann erst anfängt zu rechnen, was, äh, nicht so gut ist. Ich nehme, äh, im Prinzip nehme ich immer FoldR Strich, weil ich an dem RGMS eh interessiert bin und nicht vorher erbrechen möchte oder sowas. Aber, äh, das ist, äh, nochmal Thema, glaube ich, für eine andere Vorlesung. Äh, es ist, äh, wir sorgen dafür, dass es in der späteren Vorlesung nochmal kommt. Ähm, jetzt haben wir ja unser, äh, V3, wer sich daran noch erinnert. Ähm, wir können jetzt Foldable für V3, äh, implementieren. Ich habe jetzt einmal, äh, FoldMap genommen und die, äh, Definition von FoldMap ist, wir kriegen eine Funktion, wo wir unseren Wert in irgendeinen Monoiden packen können. Den Monoid, der wird später ausgesucht, ist egal welcher. Also, wir kriegen eine Funktion, die uns einen Wert A in einen Monoiden einpackt und wir kriegen natürlich unsere, unseren Typen rein. Und was wir jetzt machen ist, äh, wir haben hier die Funktion, die uns das in den Monoiden einpackt und wir haben unsere drei Werte XYZ. Und was wir machen ist, wir schmeißen die alle drei in den Monoiden und da wir Monoide aneinander hängen können, hängen wir das aneinander und kriegen natürlich nur ein einzelne Monoid heraus, nämlich den hier hinten. Und damit sind wir fertig und, äh, nun, äh, sieht unser, unser Skalarprodukt schon viel schöner aus. Äh, wir haben hier die Funktion, äh, wir haben hier die Typsignatur FA nach FA nach A, äh, äh, mit einem Foldable F und einem Num F und einem Num A. Wenn wir einfach machen Sum V mal W, das ist derselbe Code wie eben, nur dass ich Sum jetzt nicht, äh, noch eigens, äh, definieren musste, sondern ich nehme das Sum, was mir Foldable direkt gibt und sage Dankeschön und habe wieder ordentlichen Haskell-Code, weil, äh, endlich ist die Typsignatur wieder mal länger als die Implementation und, äh, damit sind wir glücklich. Ähm, oder wir haben halt hier noch die Beschränkung auf, äh, Num F. Ähm, das müssen wir nicht unbedingt machen, wir können auch wieder zurückfallen auf Applicative F, um das noch generischer zu halten. Da müssen wir die Multiplikation allerdings wieder, äh, äh, aufschlüsseln als Lift A2 mal VW. Dafür wird es ein bisschen, äh, genereller. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Äh, ja, es steht hier einmal Num F und Num A. Einmal wird hier mit dem Num F gesagt, dass das Foldable in Num liegen muss und mit Num A wird gesagt, dass der Inhalt auch in Num liegen muss. Das sind hier hinten ja zwei verschiedene Typparameter. Und, ähm, äh, hier unten, äh, heben wir das, äh, halt auf, indem wir das Num F, also den Container, nicht auf Num festnageln, sondern nur noch sagen, der Container muss applikativ sein, weil wir die, eigentlich das Einzige, was wir aus der Num Instanz brauchen, ist ja die Multiplikation. Und da können wir auch einfach Lift A2 mal machen für, äh, und damit greifen wir auch Container ab, die nicht unbedingt eine Num Instanz haben, äh, obwohl man, genau, die sind applikativ, aber nicht unbedingt in Num. Ähm, allerdings immer, wenn ich, äh, einen Applicative hab, kann ich theoretisch eine Num Instanz schreiben, wenn der Inhalt in Num liegt. Genau, äh, da geh ich nochmal gerade zurück hin, ähm, ähm, äh, generell, wenn wir irgendeinen Containertypen haben, der applikativ ist, können wir einfach nicht diese Num Instanz immer schreiben. Das heißt, äh, ob die dann Sinn macht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil zum Beispiel auf, äh, Listen passieren hier sehr komische Dinge, weil, äh, wenn man, äh, dann zwei Listen miteinander addiert, also nicht plus plus macht, sondern einfach nur plus und zwei Listen aus Versehen addiert, kriegt man alle Permutationen der Additionen der beiden Listen. Was nicht das ist, was man erwartet und deswegen, äh, implementiert man die Num Instanz für eine Liste zum Beispiel nicht. Man kann es aber ohne Probleme tun. Aber nur weil man die Instanz schreiben kann, heißt das noch lange nicht, dass die irgendetwas Sinnvolles tut. Ähm, so, wo waren wir jetzt? Äh, da, 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 da. Genau. Genau. Es gibt allerdings noch ein, äh, kleines Problem mit Foldable, weil Foldable ist so ziemlich alles. Es gibt uns sehr viele Freiheiten. Ähm, ein großes Problem ist, es wird keine Reihenfolge festgelegt, was, äh, gerade problematisch wird, wenn wir irgendwie auf, äh, effektbehaftete, äh, Funktionen, äh, zu sprechen kommen, äh, die wir, ähm, anwenden wollen. Oder, äh, wenn wir zum Beispiel, ähm, es kann auch sehr viel Verwirrung geben, weil, äh, FoldL- und FoldR- machen komplett verschiedene Dinge, ähm, weil sie einmal, äh, rechtsassoziativ klammern und einmal linksassoziativ klammern, äh, das heißt, ich habe einmal, äh, eins, äh, zum Beispiel ein kleines Beispiel ist, 1-2-3 ist was anderes als 1-2-3. Da kriege ich zwei unterschiedliche Werte raus, obwohl ich 1-2-3 gefaltet habe, und zwar einmal von vorne und einmal von hinten. Das ist ein bisschen, äh, komisch. Ähm, aber, äh, um dem Abhilfe zu schaffen, haben wir die Klasse Traversable, und diese legt fest, dass wir von links nach rechts durch die Datenstruktur gehen und dann haben wir solche Probleme im Prinzip nicht mehr. Traversable, äh, äh, Traversable definiert andere Funktionen und jedes Traversable ist auch ein Foldable. Das heißt, wenn wir wissen, es ist ein Traversable, dann ist die Foldable-Instanz, äh, äh, vernünftig, äh, geht vernünftig, äh, dann geht zumindest Fold eher von links nach rechts durch. Na, ansonsten kann ich halt, äh, irgendwelche, äh, äh, Foldable-Instanzen schreiben, äh, die ich aber nicht traversieren kann, wo ich keine Effekte rausziehen kann und so weiter und so weiter. Ähm, äh, hat zur Folge, jedes Traversable ist nicht nur ein Foldable, sondern auch ein Funktor. Ähm, und, äh, die Definition, ich hab hier jetzt mal die komplette Definition inklusive, äh, Implementation hingeschrieben. Ähm, wir setzen voraus, dass unser Traversable, ein Funktor ist und ein Foldable. Und, ähm, wir, äh, äh, ähm, definieren immer die Funktion Traverse, die, äh, traversiert, indem wir hier ein, äh, Applicative, äh, nehmen und eine Funktion A nach FB. Also wir nehmen jedes unserer Elemente A, heben das in ein FB, nehmen unser TA und kriegen ein FTB raus. Was, äh, im Prinzip genau das Analogon ist zu dem, was ich eben gezeigt hab mit, ähm, äh, äh, Join. Also diese, ähm, ich hatte das ja eben, äh, hier einmal analog gezeigt. Äh, wir haben hier auch einmal das, äh, Join MMA nach A, äh, äh, MMA nach MA. Das faltet uns ein T M auf ein M runter. Und genau diese, äh, Implementation, äh, 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 diesen Effekt nutzen wir jetzt, äh, hier aus, indem wir zum Beispiel, äh, die Funktion hier reinmappen. Dann kriegen wir ein T FA und das T FA wandeln wir mittels Traverse in ein FTB um. Und das sieht man in der Implementation auch. Wir machen, wir fmappen die Funktion hier rein und machen dann Sequence A und, äh, Sequence A äh, äh, tauscht einfach nur den, das Traversable mit dem, äh, äh, Applicative hier drin. Indem es das, äh, einmal alles durchgeht. Ähm, Sequence ist definiert über Traverse ID. Das heißt, äh, die beiden definieren sich gegenseitig. Und was das bedeutet ist, wir müssen entweder Traverse implementieren oder wir müssen Sequence A implementieren, weil ansonsten ist die Definition leer, weil sie einfach nur rekursiv ist. Das heißt, wenn wir eine Instanz schreiben, müssen wir nur Traverse oder Sequence schreiben. Es gibt dann aus historischen Gründen noch das Map M und das Sequence, was aber nichts anderes ist als Traverse und, äh, Sequence A, damit der Code, der früher geschrieben wurde, noch funktioniert. Aber im Prinzip sind diese überflüssig und man braucht nur Traverse oder Sequence zu schreiben und dann, äh, haben wir unseren Typen in der, äh, Typklasse Traversable. Genau. Wir hatten ja schon gesagt, wenn man Typen, äh, ineinander schachtelt, äh, wie Jonas gerade gesagt hat, eine Liste von Maybes oder Maybe eine Liste von etwas, sind zwei verschiedene Dinge. Und, äh, wie kriege ich jetzt das eine in das andere und, äh, was hat das für Effekte? Äh, ja, zwischen, äh, wenn du dir die Typsignaturen anguckst, sind die komplett identisch. Hier sagen wir, M muss eine Monade sein und dann nehmen wir es halt M und darüber sagen wir, Applicative muss ein F sein und dann nehmen wir es halt F. Aber wenn du F und M einfach durcheinander, äh, ersetzt, du kannst auch einfach für beides X einsetzen und dann sind das genau dieselben Funktionen. Man sieht es ja auch, dass Map M gleich Traverse, das ist einfach dieselbe Funktion. Ne? Ähm, ähm, und, äh, wenn wir das jetzt auf unser V3 anwenden, ist die Instanz, äh, relativ einfach, Traverse mit der Funktion. Ähm, diese Funktion, wenn wir nochmal zurückgehen, ähm, hebt uns unseren Wert in ein Applicative und, äh, damit wenden wir halt das F auf jedes Element an, kriegen drei Applicatives raus und F-Mappen das V3 da rein. Und damit, äh, kümmert sich die Applicative Implementation darum, dass das alles korrekt abläuft. Ähm, insbesondere, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass, ähm, äh, äh, wir hier drin, wir haben jetzt hier ein V3 von irgendwelchen anderen Vektoren, äh, dann sorgt zum Beispiel Traverse ID dafür, dass wir einen, äh, V3, V2 in ein V2, V3 umwandeln, was im Endeffekt einfach nur eine Transposition einer Matrix ist. Wenn wir sagen, eine Matrix ist ein Vektor von Vektoren, äh, dann ist Traverse ID einfach nur Matrix transponieren. Das fällt da direkt mit raus. Äh, das hab ich ja gerade gesagt, also, ähm, wir können ja, äh, wenn wir uns das hier angucken, äh, wir können auch einfach, äh, Sequence A nehmen statt Traverse ID. Sequence A transponiert eine Matrix auch. Wir haben hier einen V3 von, äh, nehmen wir mal einen V3 von V2 von A und kriegen einen V2 vom V3 von A raus. Und die, äh, äh, Applicative Instanz und die, äh, Funktur Instanz sorgt dann dafür, dass das Richtige passiert. Dass genau die Sachen einmal umgedreht werden, also im Prinzip transponiert werden. Ähm, äh, äh, was bringt uns das? Ähm, äh, ein ganz anderes Beispiel ist, wenn wir zum Beispiel einen, äh, V3 einlesen wollen. Schön interaktiv, wir schreiben eine schöne Applikation und sagen, wir wollen einen, äh, dreidimensionalen Vektor einlesen. Hat natürlich den Typen IO V3 A, wobei A irgendetwas ist, was wir einlesen können. Und, äh, was wir dann machen ist, äh, wir nehmen uns einen V3 mit unseren drei Fragen, die wir irgendwie fragen und mappen die Funktion Ask da rein. Ask hat einfach nur die Funktion String nach IO A, was dann die eigentliche Anfrage ausführt und irgendwie sagt, äh, äh, gib mir bitte das hier. Und dann wartet, bis es eine Antwort gibt, äh, Antwort kriegt, die gültig ist und so weiter und so weiter. Das habe ich jetzt hier nicht ausgeführt. Ähm, wir mappen das da rein und, äh, dann haben wir hier hinten ein V3 und weil wir das da reingemappt haben, haben wir ein V3 von IO A. Und wie kriegen wir ein V3 IO A nach IO V3 A? Naja, wir machen Sequence A und tauschen die beiden Sachen einfach. Und somit kriegen wir ein, äh, V3 mit drei Effekten zu einem Effekt, der uns den gesamten V3 liefert. Und das läuft intern dann alles komplett korrekt, weil hoffentlich, äh, alle Implementationen, alle Gesetze befolgen, die für alle Regeln, für alle Typklassen gelten. Ähm, äh, äh, all diese Abstraktionen, äh, gibt es natürlich schon, äh, implementiert. In einer, äh, richtig schönen, großen, tollen Library. Äh, dann braucht ihr das nicht schreiben. Aus der habe ich auch, äh, die Ideen und, äh, Teile des Codes. Und, äh, diese schöne Library heißt Linear für lineare Algebra. Ähm, und, äh, da machen wir jetzt mal ein kleines Spotlight, wie das aussieht, was da drin ist, was man damit machen kann. Und, äh, wenn ihr euch, äh, wenn ihr in Mathe etwas aufgepasst habt, werden euch die ganzen Operationen und so alle extrem bekannt vorkommen. Und sie sind halt vorimplementiert und ihr müsst sie einfach nur noch anwenden. Ihr braucht das Wissen aus Mathe nicht, um die Sachen auszurechnen, sondern ihr braucht das Wissen aus Mathe, um zu verstehen, was die Dinge tun. Und um sie dann zu finden und, äh, richtig anzuwenden. Äh, die Definition von V3 ist, äh, gleich, wie wir sie hatten. Äh, ein V3-A ist ein V3-A-A-A. Äh, genau, äh, Hackage ist, äh, die, äh, große Library-Plattform, wo, äh, die, äh, wo viele Haskell-Pakete leben. Nicht alle, aber viele. Ich hab, äh, die Seite, wo ich das hier weg habe, äh, hab ich unten nochmal als Fußnote verlinkt. Im PDF kann man das dann auch anklicken, wenn man sich die Slides anguckt. Ähm, das hier ist nur die erste Seite, die mein Browser mir angezeigt wird, von welchen Typklassen V3 implementiert. Das Ding geht noch eine Seite, äh, so weiter. Also V3 implementiert elendig viele Typklassen. Äh, V2, V4 und so sieht genauso aus. Und auch die Matrizen und so weiter, die implementieren alles, äh, extrem viel. Und, ähm, was viel aufschlussreicher ist, um zu gucken, was kann diese Library einfach ist, ist sich die gesamten Module anzugucken, äh, die, äh, die da vorgestellt werden. Und, äh, wir gehen jetzt einfach mal in einer logischen Reihenfolge die, äh, gesamten Module durch. Und, äh, verschaffen wir uns einfach mal einen Überblick, was wir eigentlich mit der Library alles anstellen können. Äh, wie machen wir, äh, im Prinzip lineare Algebra in Haskell. So, ähm, wir haben hier, ähm, ein paar Sachen. Wir haben linear V, V0, V1, V2, V3, V4 und Vektor. Äh, große Überraschung, äh, das definiert alles Vektoren. Äh, ich glaube, Vektor definiert, äh, Funktionen, die für alle gelten. Und, äh, V, V, äh, V ist ein n-dimensionaler Vektor, also ein Vektor bliebiger Dimension. Äh, V0 ist ein nulldimensionaler Vektor. Fragt mich nicht, es ist ein nulldimensionaler Vektor. Ähm, äh, 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 im Prinzip einfach nur eine Zahl. Äh, V1 ist ein eindimensionaler Vektor, V2 ist zweidimensional, V3 dreidimensional, V4 vierdimensional. Ähm, äh, V3 hat dann noch so spezielle Operationen, die nur im Dreidimensionalen klappen, wie zum Beispiel das Kreuzprodukt, was mir einen orthogonalen Vektor gibt, ähm, und so weiter und so weiter. Und, äh, das sind einfach nur die Repräsentationen verschiedener Vektoren mit Operationen, die ich auch Vektoren machen kann. Genau das, was wir eben hatten, die haben eine Num-Instanz, ich kann machen Plus, Minus, Mal, geteilt, was auch immer ich möchte. Ähm, die haben auch alle eine Foldable-Instanz, äh, und so weiter. Im Prinzip das, was wir uns eben alles erarbeitet haben, ist da schon, äh, komplett vordefiniert. Ähm, ja? Okay, dann, dann ist V0 tatsächlich einfach nichts, sondern nicht nur ein Skalar, sondern einfach gar nichts. Äh, ja, stimmt, V1 ist ein Skalar, habe ich eben durcheinander gebracht. V0 ist einfach nur, was auch immer, was passiert, wenn ich einen V1 falte. Ähm, ähm, äh, dann haben wir in, äh, Metric, Metric, äh, definiert metrische Räume, was ist Metric? Alles, was irgendwie mit Längen, Messung und sonst was zu tun hat, unter anderem definiert uns das die Norm, das definiert uns das Skalarprodukt, Distanz zwischen zwei Vektoren, äh, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und wir können da halt direkt Abstände bestimmen, äh, und den ganzen anderen Krempel. Äh, Metrics enthält, Überraschung, alle gängigen Matrix-Operationen. Wir können da direkt invertieren, diagonalisieren, was das Herz begehrt. Und, äh, insbesondere ist eine Matrix auch nur ein Vektor von Vektoren. Das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel, äh, F-Map machen, wenden wir die Funktion auf alle, ähm, was war das? Auf alle Zeilen, äh, nee, auf alle Spalten an. Und wenn wir F-Map.F-Map machen, wenden wir das auf alle Elemente an, äh, und wenn wir einfach nur sowas machen, dann, äh, können wir das auf alle Zeilen anwenden, und so weiter. Die ganzen, äh, Operationen, wie man jetzt nur die Spalten anfasst, oder nur die Zeilen anfasst, oder alle Elemente, sind da auch mit drin definiert. So skalare Multiplikation mit, äh, Matrizen ebenfalls, und so weiter, und so weiter. Äh, Trace ist ein kleines Paket, definiert halt die Spur einer Matrix. Wem das irgendwas sagt, das kam beim Diagonalisieren und so auch nochmal vor. Äh, ich glaube, in Matrix müsste dann auch die Determinante drin sein, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, Projection stellt verschiedene Projektionsmatrizen, äh, vor. Die braucht man in der 3D-Spieleberechnung. Ähm, im Prinzip eine Projektionsmatrix packt einem einen dreidimensionalen Vektor auf einen zweidimensionalen Vektor runter, ähm, indem es die Sachen projiziert, also im Prinzip eine Kamera in die Szene hält und ein Foto macht und dann eine Projektion runter macht. Ähm, sehr interessant für 3D-Spiele. Äh, ähm, dann haben wir noch, äh, Conjugate. Und das stellt irgendwie alle Operationen mit komplexen Matrizen, komplexen Zahlen zur Verfügung, Adjunktion, äh, und was man da sonst noch alles braucht. Äh, Quaternion bietet Quaternione. Falls einem die schon mal begegnet sind, die begegnen einem ansonsten später auch, wenn man irgendwie mit Modellierung arbeitet, weil, äh, Quaternione, äh, erlauben es, Objekte im dreidimensionalen Raum einfach zu drehen. Und wenn ich zwei Quaternione miteinander multipliziere, äh, schalte ich einfach die Drehung vernünftig hintereinander, sodass das vernünftig läuft. Und ich kriege nicht irgendwelche komischen Effekte, wenn ich mit Winkeln rechne, dass, äh, wenn ich erst um 90 Grad mich nach oben drehe und mich dann um 360 Grad drehe, äh, und mich dann um 10 Grad drehe, gucke ich immer noch in dieselbe Richtung, weil ich hab da oben halt einen, äh, Polarpunkt, der sehr komisch ist. Das ist, wenn ich nur mit drei Komponenten rechne, ist das, äh, sehr komisch. Deswegen gibt es Quaternione, die das Problem ein für allemal lösen. Ähm, ja, und, äh, unten, ähm, unten sind dann auch noch verlinkt einmal der, äh, Eintrag von Wikipedia und ein schönes Number-File-Video, wo die nochmal praktisch erklärt werden, mit was für Vorteile haben die und so weiter und so weiter. Äh, Number-File generell für Mathematik-Enthusiasten sehr zu empfehlen. Äh, dann haben wir das, äh, Modul Binary, äh, was, äh, binäre Präsentationen macht. Im Prinzip hat das Ding, äh, Operationen mit, ja, ich kann den Vektor in, in einem Binär-String umwandeln und ich kann einen Binär-String in einen Vektor umwandeln. Im Prinzip, ich kann meine großen Matrizen, die ich mir anlege, auf die Platte speichern und ich kann sie von der Platte laden. Äh. Warum ist Binary, also von Serialisieren, Deserialisieren in Linear? Weil, äh, es, äh, es, äh, es liegt in Linear, weil es alle Datentypen, die in Linear liegt, äh, Serialisieren und Deserialisieren kann. Deswegen liegt es in Linear. Und, ähm, ja, dann, äh, haben wir noch Epsilon. Epsilon hilft beim Kampf mit Float-Ungenauigkeiten, ähm, weil wer schon mal irgendwie ein bisschen äh, Numerik gemacht hat oder so, der weiß, dass, äh, wenn wir im PC rechnen, wird das Ding ungenau und wenn ich dann zwei Dinger miteinander auf Gleichheit vergleiche, funktioniert das nicht und dann muss ich irgendwann mit dem Epsilon gucken. Äh, hier gibt es dann eine Funktion, die uns einen ungefähren Vergleich macht und das Epsilon automatisch ausrechnet, wie groß es sein müsste und so weiter und so weiter. Ähm, und da gibt es noch so ein paar andere, auf die gehe ich nicht großartig weiter ein. Da gibt es noch affine Räume, die sind nochmal eine spezielle Variante von Vektorräumen. Es gibt Algebrin, Kovektoren, äh, Placker, also Plücker auf Deutsch heißt der Mathematiker, aber die, äh, Amerikaner können halt kein Ü schreiben und deswegen heißt das, äh, Paket Placker. Und, ähm, 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 ja, darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Ähm, die sind auch alle selbsterklärend, wenn man die Mathematik, die dahinter steht, verstanden hat. Wenn man sie nicht braucht, braucht man sie nicht. Äh, die wichtigsten Sachen sind halt vorher so Vektor-Matrix-Rechnung. Weil, wie häufig habt ihr das in Mathe gehabt, dass, äh, gesagt wurde, ja, äh, diagonalisier mal diese Matrix und, äh, im Prinzip in Haskell könnt ihr einfach sagen, ja, ich schreib die Matrix dahin, ruft diagonalisier auf und zeig mir die Matrix dann an und seh das Ergebnis und kann dann kontrollieren, ob ich richtig gerechnet hab. Ähm, ja. Ähm, ähm, also man kann mit Linear extrem gut an Vektoren und Matrizen rumspielen und, äh, direkt in Mathe gelerntes einsetzen, um euch mal ein bisschen zu Mathe zu motivieren. Ähm, die, die meiste Verwendung findet das natürlich in 3D-Applikationen wie, äh, spielen oder auch später in extrem vielen Machine Learning Algorithmen, wo man dann sagt, wir haben einen n-dimensionalen Vektorraum und wir unterteilen den Vektorraum in zwei Hälften, positiv und negativ und sagen, äh, das eine sind Autos, das andere sind Hunde und dann können wir die beiden voneinander trennen. Wenn wir halt gelernt haben, wo diese Gerade, äh, wo diese Ebene liegt, die die, die den Raum in zwei Teile teilt. Aber das ist alles komplett lineare Algebra. Die ganzen Funktionen dafür sind auch alle da drin, kann man auch alles damit implementieren. Ähm. Ähm, wenn man jetzt halt, äh, sich schön diese Sachen, äh, ausgedacht hat, man hat irgendwie Daten eingelesen, was wir letzte Woche gemacht haben, da haben wir Parser geschrieben, man hat Daten gelesen, man hat jetzt mit linear schön auf seinen Daten rumgerechnet, hat, äh, irgendwie 3D-Punkte, hat eine Projektionsmatrix, hat jetzt schöne 2D-Punkte und will die visualisieren. Dann muss man sie jetzt nur noch ausgeben, damit ist man auf seinem sehr guten Weg. Apropos ausgeben, kommen wir zum nächsten Thema der Vorlesung. GUI, wie geben wir das aus? Ähm, kurz nochmal ein Recap. GUI bedeutet, äh, Graphical User Interface, also alles, was irgendwie angezeigt wird. Und, äh, das ist allgemeiner gehalten, als man normalerweise denkt. Das ist nämlich nicht nur das, was bei euch auf dem Monitor abläuft, ähm, sondern das, das kann zum Beispiel auch sein, äh, eine Webseite. Das muss nicht unbedingt eine Applikation bei euch sein, sondern man spricht auch bei einer Webseite von einer GUI. GUI, auch wenn nur die Anzeige bei euch läuft und die eigentliche Verarbeitung des Programms irgendwie ganz woanders. Ähm, es kann auch sein, irgendein Terminal, wenn ihr unten eure Mensakarte aufladet, habt ihr da auch eine schöne GUI, wo ihr drauf rumtippen könnt, äh, ohne dass ihr da groß eine Tastatur habt oder sonst irgendwas. Das muss auch, äh, irgendwie anders funktionieren. Kaffeeautomaten haben eine GUI, die haben um eine schöne Anzeige. So viel Geld hast du eingeworfen, du darfst diesen Kaffee nicht trinken, weil du nicht genug Geld hast oder so. Ähm, und so weiter und so weiter. Im Prinzip alles, was irgendwie ein Bildschirm oder ein Ausgabemedium hat, hat eine GUI. Und, äh, für jedes Zielmedium gibt es dann natürlich eigene Frameworks, die einem die Arbeit abnehmen, äh, und so weiter und so weiter. Ähm, in der heutigen Vorlesung beschränken wir uns auf ein sehr, sehr einfaches Hiscalframework, was ich aber extrem gut finde. Und zwar, äh, das, äh, Glossframework, ähm, was, ähm, ja, relativ, äh, äh, intuitiv funktioniert. Ähm, was ist Gloss? Ich lese einfach mal die Selbstbeschreibung von Hackage vor, äh, von Hackage vor, die ist sehr treffend. Äh, Gloss heizt the pain of drawing simple vector graphics behind a nice data type and a few display functions. Gloss uses OpenGL under the hood, but you don't need to worry about any of that. Get something cool on the screen in under 10 minutes. Und genau das machen wir. Coole Sachen in unter 10 Minuten auf den Bildschirm bringen. Ähm, man braucht sich nicht um die Interna kümmern. Das ist alles komplett weggekapselt und weg abstrahiert. Und, ähm, äh, die, hier steht auch schon drin, äh, drawing simple vector graphics. Ne, also das ist geeignet für, ich möchte mal schnell was anzeigen. Ich möchte mal schnell meine Daten visualisieren. Ich will mal wissen, wie die Verteilung in sonst irgendwas aussieht, was ich jetzt hier aufgenommen habe. Weil, wenn ich jetzt in meinem Experiment stehe und kriege eine riesig lange Datei, irgendwie 10.000 Zeilen lange Tabelle mit 500 Einträgen in jeder Zeile, dann denke ich mir, ja, also Zahlen so visualisieren ist schwer. Und dann verrechne ich die so ein bisschen mit, äh, schönen Learning-Algorithmen und so weiter, kriege dann am Ende irgendwie eine 2D-Punktwolke raus oder so und, äh, möchte mir die da im Prinzip schnell mal anzeigen. Ja, oder ich, äh, will simple Dinge visualisieren, dann auch teilweise animierte Sachen, ähm, irgendwie Abläufe. Ich hab jetzt irgendeinen Test gemacht, der hat irgendwie jede Stunde mir einen Datensatz, äh, ähm, produziert und den möchte ich mir jetzt mal über Zeit schön anzeigen lassen und so weiter und so weiter. Alles sehr uninar, aber theoretisch kann man damit auch, äh, alle anderen Sachen machen. Man sollte es nicht unbedingt für komplexe 3D-Spiele verwenden, ähm, ist dafür nicht geeignet, äh, da wird es dann ganz schnell langsam, äh, geht theoretisch, würde ich nicht empfehlen oder, äh, was ich damit auch nicht schreiben würde, wäre zum Beispiel ein komplexes Buchhaltungsprogramm mit 30 Eingabedingern und, äh, weiß der Geier was. Dafür ist das nicht geeignet, dafür sind andere Frameworks besser. Das Ding ist einfach nur dafür da, ich will mal ganz schnell was, was Simples anzeigen. Und irgendwie, ich mag Knubplot nicht oder so. Ähm, am besten lernt man am Beispiel. Also, ähm, gehen wir vor, wie man bei einer guten Haskell-Library immer vorgeht, ähm, wir sehen uns einfach mal die Funktionen an, die das machen, äh, was wir so machen wollen. Und zwar werden wir einfach mal, wie gesagt, ähm, wir sind, äh, wir benutzen die Gloss-Library, also gehen wir auf Hackage of Gloss. Das Hauptpaket der Library, das oberste, ist, ähm, ähm, äh, Data Gloss und da gucken wir gleich rein, äh, gucken uns die Funktionen an. Und, äh, was wir dann machen ist, wir gucken erstens einmal, welche Funktion brauche ich überhaupt von denen, die angeboten werden? Ne, wir verschaffen uns einen Überblick über die Library, gucken, welche Funktion brauche ich? Dann die zweite Frage, welche Typen nimmt die Funktion, habe ich die überhaupt? Ne, oder, oder, was sind das, was soll das sein, was ist die Bedeutung dieser Typen? Und, ähm, als drittes, wie erzeuge ich die Typen, wie kriege ich meine Daten, die ich habe, in diese Typen rein, damit das passiert, was ich haben möchte. Und, ähm, wenn wir einfach in Graphics Gloss reingehen, also direkt auf Package, das ist das, äh, Hauptpaket, dann finden wir die Funktion Display, die hat diese Typsignatur, die Funktion Animate und Simulate, Play und die werden alle immer viel komplizierter. Ähm, die komplizierten gucken wir uns nachher auch nochmal im Detail an, da kommen wir noch zu, aber, ähm, als aller, allererstes fangen wir jetzt erstmal an mit Display. Das ist die allersimpelste, äh, simpler wird's nicht mit der Library. Und, ähm, als nächstes gucken wir uns jetzt die Typen an. Okay, die Funktion Display möchte erstmal etwas vom Datentyp Display, dann etwas vom Datentyp Color und dann etwas vom Datentyp Picture, ähm, was auch immer das jetzt tut. Ähm, was ist dieses Display? In Hackage kann man auf die ganzen Sachen einfach draufklicken und wenn man draufklickt, kommt dann dazu, äh, ja, ein Display ist einfach nur entweder ein Konstruktor in Window mit einem Titel für das Fenster, Größe des Fensters und Position des Fensters. Okay, das krieg ich hin, das hab ich verstanden. Äh, oder es ist Vollbild mit, äh, einer Auflösung, wie groß die Fläche ist, äh, die ich, äh, malen möchte. Was ich hier direkt aus dem Kommentar lesen kann. Großartig. Irgendwer Probleme, das zu verstehen. Genau. Ich, äh, ich hatte gehofft, dass da keiner Probleme hätte. Ähm, dann haben wir, äh, Color. Das war der zweite Typ. Klicken wir auf Color. Kommt erstmal, hm, Color hat keine Konstruktoren. Äh, da steht dann dabei Color. Also, wenn du eine Color haben willst, nimm die Funktion MakeColor. Gucken wir uns MakeColor an. Ähm, MakeColor, ähm, nimmt, äh, vier Komponenten. Rot, Grün, Blau und einen Alpha-Wert. Also, für Transparenz. Also, hey, cool. Wir können auch halbtransparente Sachen machen. Großartig. Ähm, und gibt uns dann die Farbe zurück. Ähm, wichtig ist hier, alle Komponenten, die man hinten angibt, sind halt im Bereich 0, 1. Wenn man aus dem Bereich rausfällt, wenn man hier viel kleiner wird, wird's auf 0 gesetzt. Wenn man größer wird, wird's auf 1 gesetzt. Äh, deswegen nutzen die diesen Konstruktor, weil die dann sicher sind, die Werte in Color sind immer korrekt. Ja, ähm. Ansonsten gibt es in Graphics, Gloss, Data, Color auch noch vordefinierte Sachen. Mit, äh, Black gibt uns Schwarz, White gibt uns White, Red, Green, Blue und so weiter und so weiter. Die, die ganzen Standardfarben sind da drin. Dazu gibt es noch ein paar Funktionen wie, ähm, Farben mischen. Irgendwie, ich möchte 30% der Farbe, 70% der. Misch mal und der tut das. Ich möchte diese Farbe, mach mir die mal einen Farbton heller oder mach mir die mal dunkler. Macht er mir auch, äh, und so weiter und so weiter. Und wenn ich halt irgendwie sage, mach mir fünfmal heller, dann macht er mir das Ding fünfmal heller. Und so kann ich mir ganz einfach aus bestehenden Farben auch neue Farben erzeugen. Ja? Ähm. Ähm. Äh, äh, das war der Datentyp Color. Der letzte Datentyp, den wir hatten, war hier oben, äh, Picture. Und der Picture-Datentyp ist wohl irgendwie der Zentrale. Weil, äh, wenn wir was darstellen wollen, wollen wir ein Bild darstellen. Und ein Picture ist das hier. Sieht erstmal nach sehr viel aus. Aber, äh, wir haben, wir gehen einfach mal von oben durch. Ein Picture ist entweder leer. Weil, wieso nicht? Äh, ein, äh, Picture ist ein, äh, Polygon mit einem Pfad. Und ein Pfad ist einfach nur eine Liste an Punkten. Und ein Punkt ist einfach nur ein Tupel aus XY-Koordinaten. Das heißt, ein Polygon ist einfach nur, ich nehme eine Linie aus Punkten. Und der folgt dann die Punkte, verbindet die Punkte und füllt das Ding aus. Fertig. Ähm. Dann habe ich, äh, eine Linie. Nimmt auch einen Pfad. Die füllt das dann halt nicht aus, sondern das ist dann halt einfach eine Linie. Ich habe einen Kreis mit einem Radius. Groß überraschend. Ich habe einen, äh, dicken Kreis mit Radius und Rand. Ne, wo, wo der Rand halt nicht so dünn ist wie möglich, sondern der Rand ist halt, äh, hat eine gewisse Dicke. Ich habe einen Arc, was ein Teilstück eines Kreises ist, ähm, äh, mit, mit, äh, wie viel, von 0 bis wie viel Grad soll der gehen. Äh, und dann dasselbe wie bei, äh, 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 Circle. Also von wo bis wo, ähm, ähm, welcher Radius. Thick Arc von wo bis wo, welcher Radius, welche Breite. Text. Ich kann irgendeine String ausgeben. Ich kann irgendein Bild ausgeben. Da muss ich ihm hier Bitmap-Data geben. Was einfach nur Binär-Daten von einem Bild sind, die ich zum Beispiel gerade von einer Platte eingelesen habe. Oder, oder, oder. Ähm, da gehen wir jetzt nicht so genau drauf ein. Da können wir später nochmal irgendwie eine Sitzung zu machen, wie ich denn jetzt einfach mal Bilder einlese und die ausgebe. Äh, und dann haben wir hier, der Rest sind rekursive Sachen. Wir können, äh, ein Picture einfärben, indem wir sagen Color. Wir geben eben eine Farbe mit. Und das Bild, was wir in dieser Farbe darstellen sollen. Zum Beispiel, die Sachen sind alle irgendwie in der Standardfarbe. Ich glaube, die Standardfarbe ist irgendwie schwarz oder so. Und, äh, wenn wir aber irgendwie eine rote Linie haben wollen, dann machen wir, äh, Color Red. Und als Picture geben wir ihm dann Line mit dem Pfad. Also wir definieren uns das rekursiv. Äh, Translate verschiebt ein Bild, damit es nicht im Ursprung immer hängt. Rotate rotiert ein Bild. Äh, Scale skaliert ein Bild in X und in Y-Richtung. Und Pictures ist einfach nur eine Menge an Bildern, die einfach übereinander gezeichnet werden. Ähm, so können wir zum Beispiel uns, äh, aus Linien und sonst was das Haus vom Nikolaus machen. Und, ähm, dann können wir sagen, äh, wir rotieren jetzt das gesamte Haus vom Nikolaus. Und nicht nur eine Linie und müssen uns um jedes Ding ins Einzelnen kümmern oder so. Sondern das Ding macht das einfach richtig. Und zwar rotiert um, äh, den Ursprung. Das heißt, wenn wir es vorher mit Translate in den Ursprung gesetzt haben, können wir es drehen, wie wir wollen. Und dann können wir es wieder wegschieben. Äh, und so weiter und so weiter. So können wir uns ganz einfach, äh, irgendwelche Sachen, äh, definieren. Und, äh, hier speichern wir im Prinzip alle Informationen, was wollen wir darstellen. Genau. Das ist alles, was wir irgendwie konstruieren können, was wir darstellen können. Und wenn wir irgendwelche Datenstrukturen haben, wir wollen Punkte rendern oder sonst was, dann, ähm, ist ein Punkt zum Beispiel ein Thick Circle. Und, äh, dann rendern wir den. Und, ähm, ja. Äh, äh, und, äh, rekursiv können wir dann extrem komplexe Formen aufbauen. Und die Engine kümmert sich um alles. Damit haben wir alles zusammen. Also gibt es jetzt mal ein, äh, praktisches Beispiel. Ich habe hier die beiden Imports gemacht, äh, aus dem Paket. Und, äh, wir haben unsere Display-Funktion aufgerufen. Nochmal ein kleines Recap. Die Display-Funktion nimmt ein Display, ein Color und ein Picture. Und, äh, ich habe Ihnen das hier in getrennten Zeilen gegeben. Äh, ich sage Ihnen, ich hätte gerne in einem Fenster mit dem Fenstertitel Hello World. Das Fenster soll 500x500 groß sein und an Position 100x100. Also nicht ganz oben links in der Ecke kleben, sondern so ein bisschen versetzt. Die Hintergrundfarbe soll sein, äh, 099991, was ein sehr helles Grau ist. Ähm, und als Bild, was ich darstellen möchte, möchte ich gerne einen roten Kreis mit Radius 1000 und den Text, äh, Hello World Text. Das Make Color ist, äh, nimmt Farbwerte, Rot-Grün-Blau-Farbwerte zwischen 0 und 1. Äh, das stand auch dabei, äh, wenn man hier nochmal zurückgeht in das Color, stand bei, dass, äh, in das Make Color, dass alle Werte im Bereich 0 und 1 sind. Alpha ist, äh, Transparenz. Wenn ich 0 habe, ist es komplett transparent. Wenn ich 1 habe, äh, kann ich nicht durchgucken. Und wenn ich irgendwie 50% habe, wird das mit dem Hintergrund gemischt und so. Äh, ist, ist direkt drin. Und, ähm, das Ganze kann man sich jetzt auch mal in echt angucken. Und, ähm, hier sehen wir den Code. Ja, das ist halt genau der Code, den ich da gerade auf der Folie hatte. Und, äh, wenn ich das jetzt einfach mal ausführe, da kriege ich ein schönes Fenster. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt von meinem Monitor. Und, äh, ich kann halt aus dem Fenster hier, äh, rauszoomen, reinzoomen und, und, äh, halt verschieben. Und die gesamte Steuerung ist einfach komplett mit drin. Die kriege ich durch die Display-Funktion komplett mitgeschenkt. Also, ich kann auch wirklich komplexe Sachen, äh, steuern. Und, ähm, dann auch beliebig weit reinzoomen, weil es eine Vektorgrafik ist, äh, äh, und auch beliebig weit rauszoomen. Und der handelt automatisch, dass er nur Sachen darstellt, die überhaupt groß genug sind, äh, und so weiter, und so weiter. Ähm, Frage ist, was machen nun die anderen Funktionen? Wir hatten ja noch andere. Wir hatten zum Beispiel die Funktion Animate. Äh, die unterscheidet sich, äh, einfach nur darin, dass wir statt dem Picture eine Funktion Float nach Picture haben. Und, ähm, äh, äh, die Sache ist, äh, dieses Float nach Picture, äh, ist eine Funktion, die uns sagt, welches Bild wir nach wie vielen Sekunden anzeigen wollen. Das kann sein, wir können jetzt sagen, wir möchten irgendwie jede Sekunde das nächste Bild machen, wir möchten zehn Bilder die Sekunde machen oder sonst was, aber wir haben das vordefiniert. Das heißt, wir wollen nur unseren Datensatz irgendwie angucken und, und animieren. Ähm, äh, auch da habe ich ein simples Beispiel. Ähm, ist ein bisschen komplizierter als das, was ich eben habe. Baut aber auf demselben Code auf. Ich sage wieder, äh, ich nehme jetzt nicht Display, sondern ich nehme Animate. Die Sachen hier oben sind im Prinzip identisch. Äh, allerdings kriege ich jetzt hier bei dem dritten Ding, nehme ich die Zeit als Parameter, weil ich ja eine Funktion angeben muss. Das heißt, ich kriege die Zeit rein. Und ich sage jetzt, äh, gib mir doch bitte mal einen roten Thick Circle, also einen schönen ausgefüllten Kreis. Ähm, und, äh, als zweite Komponente, äh, äh, runde die Zeit einmal auf dem Integer, zeige mir das an und sage mir, so und so viele Sekunden sind vergangen seit Programmstart. Ähm, äh, mach das, konvertiere das zu einem Text und rotiere mir das um, äh, 6 Grad pro Sekunde. Das heißt, das Ding dreht sich einmal die Minute komplett rum. Diese Angabe hier ist natürlich, äh, ist in Grad, wie ihr sehen könnt. Ich nehme die Zeit, nehme durch 60 mal 360, also dreht sich das einmal pro Minute ganz rum. Und, ähm, wenn man sich, äh, das anguckt, da ist jetzt das Video etwas, äh, das ändere ich, glaube ich, nochmal für, für YouTube. Ähm, und, und auch, äh, in den, äh, Dingens. Ähm, äh, man kriegt hier das und, äh, äh, man sieht, ich habe da wirklich, äh, die, die Sekunden, die da, äh, äh, rausgehen. Und, ähm, man kann ja ahnen, was es tut. Ich glaube, das PDF ist, äh, schlecht generiert worden. Weil, äh, äh, zu Hause war das Video anders. Äh, ich, ich ändere das nochmal und dann wird es vernünftig hochgeladen. Äh, könnt ihr, das, äh, Video liegt bei uns nachher auch im, im Repository. Das könnt ihr euch auch nochmal genau angucken. Auf jeden Fall, man sieht hier, die, die Zeit zählt halt hoch, äh, das Ding dreht sich und es ist einfach eine simple, äh, Animation. Ja? Ähm, der weitere Typ, den hatte ich euch eben nicht vorgestellt. Das ist Simulate. Äh, die bekannten Dinge, die wir kennen, ist einmal das Display, was wir nehmen, Scala, was wir nehmen, ähm, und hier haben wir nicht, äh, äh, und hier haben wir eine Funktion, die, äh, äh, einen Float nimmt und unser, äh, äh, dann machen wir von vorne. Wir kriegen ein initiales Model, was wir uns selber definieren, das ist halt unser Datenkonstrukt, was wir hier irgendwie haben und wir haben eine Funktion, wie wir unser Model in ein Bild umwandeln. Das ist halt quasi die, die Darstellungsfunktion, die wir schreiben müssen. Und wir kriegen eine Funktion, äh, die, die kriegt halt den Viewport, also, wo bin ich gerade, was ist gerade sichtbar, äh, wie viel Zeit sind vergangen seit Programm, äh, wie viel Zeit ist vergangen seit Programmstart, ähm, was war der letzte Zustand meines Models und wir geben den neuen Zustand des Models raus und, äh, der Int hier oben liegt fest, äh, liegt fest, wie häufig diese Funktion pro Sekunde aufgerufen wird. Das heißt, wenn wir sagen wollen, zehnmal die Sekunde soll das aufgerufen werden, dann wird zehnmal das Ding weitergemacht. Da gibt es auch, äh, auf, äh, Hackage bei Gloss, äh, gibt es einen schönen Link, äh, auf dem Wiki, da sind auch nochmal zwei, drei Beispiele, da ist Code verlinkt, den kann man sich einfach runterladen, Copy, Pasten, Ausführen, äh, da ist zum Beispiel eine kleine Physik-Simulation, wo man irgendwie, äh, zwei Linien hat, die dargestellt werden und dann fallen Bälle runter, knallen damit ab und fallen auf den Boden und so. Ähm, man sieht auch andere Sachen, ähm, dafür ist, ist das hier geeignet. Und, ähm, damit können wir eine einfache Simulation starten und das war's. Äh, und dann gibt es noch Play, das ist nochmal ein bisschen komplizierter, das ist im Prinzip dasselbe wie die Simulation, aber wir kriegen hier noch einen Event-Händler rein und ein Event ist irgendwie, ich habe Maus bewegt, ich habe Maus geklickt, ich habe Tastatur geklickt und so weiter und so weiter. Also wir kriegen die Funktion hier rein, wenn irgendetwas passiert, und dann ändern wir unseren internen Zustand und das Bild aktualisiert sich oder wir steppen halt die Welt weiter, weil wir zum Beispiel Physik-Simulationen machen wollen. Das machen wir so häufig die Sekunde, steppen das weiter und kriegen dann halt unsere Welt. Und, äh, das war's und dann haben wir eine komplette, fertige Simulation oder auch zum Beispiel eine, ähm, ähm, äh, interaktive Exploration von Daten. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich, äh, klicke hier auf den Datenpunkt und dann geht der Datenpunkt auf oder ich kriege Details oder ich kann mir mal angucken, weil meistens, äh, wenn man zum Beispiel, äh, Bilder klassifiziert oder so, dann hat man für jedes Bild nur noch einen Punkt im Raum. Und dann sieht man einfach nur einen großen Haufen an Punkten und dann sieht man, oh, dieser eine Punkt, der ist komisch, der hängt da daneben. Und was für ein Bild war das denn jetzt aus meinen Daten? Und wenn man dann zum Beispiel so eine, äh, äh, Simulation hat, dann kann man einfach sagen, okay, ich sage, wenn ich auf den Punkt drücke, dann soll er mir das Bild darstellen und wenn ich dann auf das Bild drücke, soll das wieder weggehen. Ne? Und dann kann ich mir die Punkte einmal kurz angucken, was ist denn da? und so viel mehr erfahren, über was ist eigentlich los, was macht mein Algorithmus, wieso schmeißt der das Bild jetzt in eine falsche Klasse oder, keine Ahnung, man kann auf jeden Fall sehr, sehr interessante, äh, weitergehende Dinge machen, die man auch im Studium durchaus gebrauchen kann. Ähm, der Nachteil ist bei Play, man hat hier keine vordefinierten Interaktionen für Drag, Drop, Zooming und so weiter. Äh, die muss man komplett selber definieren über diesen Event-Händler. Äh, dafür hat man alles andere, äh, in der, äh, selber in der Hand. Zum Beispiel würde ich, äh, in der World einen, äh, Zoom-Faktor speichern und dann auf das, auf das Mausrad einfach den Zoom-Faktor hoch- und runtersetzen und diese Funktion würde dann mit dem Zoom-Faktor das Ding einfach nur skalieren. Fertig. Und dann habe ich auch wieder rein-raus-zoomen. Und bewegen kann man relativ ähnlich, äh, genau machen. Das muss man sich halt alles hier intern abspeichern und dann, äh, hiermit verändern und dann wird es hier einfach vernünftig dargestellt. Und das war im Prinzip, äh, schon, äh, alles. Ähm, irgendwas unklar zu der Library oder? Es war einfach, Code, da muss man, das muss man ein bisschen benutzen, da muss man vielleicht auch mal eigene Sachen schreiben. Ähm, insbesondere was ich empfehlen kann, was zum Beispiel auch ein Projekt werden könnte, ist, äh, wir nehmen uns irgendwelche schönen Datensätze, eine richtig schön lange CSV-Datei, irgendwie 10.000 Einträge von Zugriffen auf einer Webseite oder sonst irgendwas, äh, und dann kriegt ihr, äh, bei den Zugriffen steht dann irgendwie das Land dahinter und dann kriegt ihr eine schöne Weltkarte und dann müsst ihr erstmal die ganzen Daten einlesen und dann müsst ihr die Weltkarte einmal darstellen und dann, äh, simulieren, wie über Zeit, aus welchem, aus welchem Ort der Welt gerade irgendwie ein Zugriff auf der Seite war, um zu gucken, von wo aus kommt mein Traffic überhaupt und so weiter und so weiter. Das ist eine sehr schöne Echtweltanwendung, um einfach mal, äh, Sachen, die ich irgendwie rauskriege, Logs oder Testergebnisse oder keine Ahnung was, äh, darzustellen. Man kann das auch anders machen mit Micro-Array-Expressions in der Genominformatik, man kann anfangen, äh, DNA-Sequenzen irgendwie, äh, RNA-Strukturvorhersage zu machen und die RNA-Struktur dann halt vernünftig darzustellen, damit ich weiß, äh, was hat mein Algorithmus da jetzt eigentlich getan und so weiter und so weiter. Das geht alles und das, äh, geht auch weit, äh, über das hinaus, was wir hier machen, aber mit alleine dem Wissen, was ihr jetzt habt, mit, äh, dem Parser, den wir letzte Woche hatten, äh, linear zur Datenverarbeitung als, als Zwischenschritt und, äh, diesem Gloss einfach zum Darstellen, kriegt ihr schon extrem viele Zehn-Punkte-Projekte in, äh, unserer Fakultät sehr gut gemeistert. Das reicht an Wissen eigentlich schon aus. Und, äh, da soll noch mal einer sagen, wir hätten hier keine Echtweltanwendung. So, ähm, und Vorschau, was machen wir nächste Woche? Wir machen noch mal eine kleine Wiederholung oder wir gehen statt der Wiederholung noch mal auf Parser ein. Äh, 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 oder wir machen einfach beides. Ähm, dann ist geplant, wir machen einen Überblick über verschiedene Monaden, wir gucken uns noch mal einzelne an, äh, was haben die für Eigenschaften, äh, wenn ich welchen Effekt haben will, was nehme ich für eine Monade? Weil wir haben zum Beispiel noch nicht über State gesprochen, wir haben noch nicht über Reader gesprochen, über Writer, ähm, wir haben noch nicht über, äh, viele, viele andere Geschichten gesprochen, die alle naselang mal vorkommen. Ähm, und, äh, dreimal dafür raten, wir machen natürlich auch mehr Typklassen. Vielleicht. Ich habe da noch so ein paar schöne in petto. Äh, mal gucken, ob wir dazu kommen. Ähm. Äh, ansonsten, irgendwelche Fragen noch zur Vorlesung? Kritiklob, Heiratsanträge. Ähm. Okay, äh, wenn ihr keine Fragen habt, dann, äh, vielen Dank. Vielen Dank.